Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Was sagen die einzelnen Parteien? Grenzwerte im Straßenverkehr bei der Legalisierung von Cannabis nach Partei CDU. Position zu Grenzwerten im Straßenverkehr bei Cannabis-Legalisierung. Die CDU zeigt sich besorgt über die Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung auf den Straßenverkehr und betont die Wichtigkeit klarer Regelungen. Christoph Zippel, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, hebt hervor, dass die Auswirkungen auf den Straßenverkehr noch völlig ungeklärt sind und sieht eine erhöhte Gefährdung für die ganze Gesellschaft. Auf Bundesebene wird argumentiert, dass Cannabis die Fahrtüchtigkeit möglicherweise tagelang einschränken kann, da THC im Blut viel länger nachweisbar ist als Alkohol. Die CDU betont, dass klare Regelungen zur Fahrtüchtigkeit bei Cannabis-Konsum wichtig für die Verkehrssicherheit sind. Die Linke Die Linke schlägt vor, die Toleranzgrenze für den Cannabis-Konsum im Straßenverkehr von derzeit 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum auf 10 Ngramm Milliliter anzuheben, entsprechend der 0,5 Promille-Grenze bei Alkohol. Sie kritisieren die faktische Null-Toleranz-Grenze und argumentieren, dass der niedrige Grenzwert oft noch Tage nach dem Cannabis-Konsum überschritten wird, obwohl keine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit mehr vorliegt. SPD, der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert, hat sich für eine Überprüfung und mögliche Anhebung des Grenzwertes ausgesprochen. Er hält eine Hochsetzung des Grenzwertes für äußerst sinnvoll, um Personen, bei denen der Konsum einige Tage zurückliegt, aber die fahrtüchtig sind, nicht mehr zu kriminalisieren. Experten und Grenzwertkommission, Experten und Mitglieder der Grenzwertkommission äußern unterschiedliche Meinungen. Einige befürworten eine Anhebung der Grenzwerte, um realistische Werte zu schaffen, die die Fahrtüchtigkeit besser abbilden, während andere eine Anhebung ablehnen, da die Wirkung von THC individuell sehr unterschiedlich sei. Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kuppelke, der Bundesvorsitzende der GdP, kritisiert die Legalisierungspläne generell und plädiert für eine Absenkung aller Grenzwerte, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Nachweisbarkeit von Cannabis im Blut Die Nachweisbarkeit von THC im Blut hängt stark von der Häufigkeit des Konsums und der Menge des aufgenommenen Wirkstoffs ab. Bei gelegentlichem Konsum ist THC im Blut etwa vier bis sechs Stunden nach der Einnahme nachweisbar. Bei regelmäßigem Konsum kann der Bluttest sogar mehrere Wochen nach der letzten THC-Aufnahme noch positiv ausfallen. Der Stoffwechselprozess von THC im Körper führt zur Bildung von THC-Carbonsäure, einem Abbauprodukt mit einer längeren Halbwertszeit als das ursprüngliche THC. Daher ist THC-Carbonsäure bei einmaligem Konsum etwa ein bis drei Tage und bei mehrmaligem Konsum drei bis sieben Tage nach der letzten Aufnahme im Blutplasma nachweisbar. Fahren nach dem Konsum angesichts der variablen Nachweiszeiten von THC ist es schwierig, eine allgemeingültige Aussage darüber zu treffen, ob das Fahren am Morgen nach dem Konsum am Abend zuvor sicher ist. Die individuelle Verstoffwechslung, die konsumierte Menge und die Häufigkeit des Konsums spielen dabei eine entscheidende Rolle. Vergleich der THC-Menge im Blut zu Alkohol. Für Alkohol existieren klare Grenzwerte für die Sanktionierung im Straßenverkehr, 0,5 Promille. Für THC gibt es solche festen Grenzwerte nicht. Jedoch hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass THC erst ab 1 N Gramm Milliliter im Blut eine sanktionierbare Wirkung entfaltet. Um diesen Wert zu erreichen und auszuscheiden, kann es je nach individuellem Konsumverhalten zwei bis zehn Tage Cannabis-Abstinenz bedürfen. Beschleunigung des THC-Abbaus Es gibt keine wissenschaftlich fundierten Methoden, die eine signifikante Beschleunigung des Abbaus von THC durch Medikamente oder Sport belegen. Der Abbau und die Ausscheidung von THC hängen von verschiedenen individuellen Faktoren ab, einschließlich des Stoffwechsels und der Häufigkeit des Konsums. Gesetzliche Anpassungen Beeinträchtigungen durch Cannabis im Vergleich zu Alkohol Die Wirkung von Cannabis und Alkohol auf die Fahrtauglichkeit kann variieren, da beide Substanzen unterschiedliche psychophysische Effekte haben. Während Alkohol unanem zu einer Verlangsamung der Reaktionszeit und einer Verschlechterung der motorischen Fähigkeiten führt, kann Cannabis ohne Alkohol die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung beeinflussen. Direkte Vergleiche sind schwierig, da die Wirkung von vielen Faktoren einschließlich der konsumierten Menge und der individuellen Toleranz abhängt. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.